Wir machen alles nach Friede, Freude, Eierkuchen aus hier. Okay. Was ist eigentlich unsere Aufgabe jetzt? Irgendwas gesagt bekommen? Was haben wir hier? Ja, ach Gott, ach Gott, mehr Poster geht nicht, ja. Ja, sieht ganz danach aus. Ups. SMS. Wo soll das Handy hochgehen? Stick mitbringen, sorry, den ganzen Tag, verrückter Tag. Ich stehe auf dem Parkplatz. Meine Kamera ist bereit, bis gleich, hoffentlich. Stick. USB-Stick. USB-Stick. Ja. So ein Stück mit, man brauche Info und Platz. Aha. Okay, hier haben wir ja die Person, der Herr Direktor. Das lesen wir dann mal zu einem späteren Zeitpunkt, das ist echt viel. Es scheint etwas gestresst, ja, ja. Ah, da kommt sie, okay. Oder eins, das ist das, was wir hier gerade machen. Was denn? Ah, okay. Okay. Ja, USB-Stick. Wusste ich doch. Okay. Wir müssen den USB-Stick holen, drücke Tab, um sein Tagebuch zu öffnen. Das haben wir eben gemacht. Aha. Okay, der war aber noch. Ist jetzt hier noch eine neue? Nee. Wollen wir die Maus? Okay, wir müssen also in unsere Bude gehen, den USB-Stick holen. Ach, ich bin schon wieder blöd. Oh ja, wie, Entschuldigung. Wer ist denn er überhaupt hier? Ach ja, das ist ja der Gemobbte. Komm. Ah, geht doch. Okay, ohne Mann, ich beleide ihn. Rachel Amber. Hm, kennst du sie? Oder du postest kaum zu übersehen? Hard to avoid her posters all over campus. It kills me to see her sweet face used at a crime photo. Ah, she had a good heart. Malouf, kennst du sie? Malouf, kennst du sie? Okay. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Okay. Why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way! Hey, you're a good substitute muse. Oh, that's a good posture. What? Die setzt sich so dahin und dann kommt ein Bild dabei raus? Weil diese Tat wird Konsequenzen haben. Ja, was denn? Wenn der jetzt das Bild auf Facebook posten will, wie er das gesagt hat? Was sind die Konsequenzen? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Was ist denn das für ein Möchtegern, Heini? Ach, das ist dieser Eben. Eben. Luke. Graffiti. Vortex Club. Toll. Clever halt, ne? Was ist das denn? Oh, sorry. Ich will dich nicht bemerken. Ja, das habe ich jetzt mal nicht weiter verfolgt. Was haben wir hier noch? Da steht ja hier die Frau Wissenschaftlerin rum. Die da. Wollen wir das mal hier anquatschen. Was will sie denn überhaupt hier? Unterschriften, oi. Hi, Miss Grant. Entschuldigung, Max. Ich weiß, dass alle lieben, die gefragt werden, eine Petition zu signen. Aber würdest du, Miss Grant, ein favorit und hören mich? Sure, ich habe immer Zeit für dich. Was ist die Petition? David Mattson, our Chief of Security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Hm. Ja, für die Alte wäre das vielleicht gut gewesen, für Rachel. Nö. Ich glaube, die Kameras könnten Rachel helfen. Ich kann beide Seiten sehen. Ja. Du bist fair-minded, Max. Und wir wünschen alle, Rachel sei sicher und kalt gefunden. Schöne unsere Seele. Aber diese Petition ist nicht über sie. Blackwell Academy hat ein nobeles Herzen. Von den Native-Americans, die diese Lande gefunden haben, zu den Pionieren, die sie in Frieden mitgebracht haben. Nicht Angst und Angst. Echt? Sie sind schon so alt? Manche Ohren wundern. Sie wissen eine Menge. Ja? Blackwell is that old? That's incredible. You should learn a little history about your alma mater. You'll find some fascinating facts. There's a lot of power in this region. I think it helps the creative juices flow around here. Now, before I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Actually, I don't want to write it. You should write it. It can be fine with the cameras. No, right? No, I don't want to. I believe I don't want to. Miss Grant, I totally respect your passion and knowledge, but some security cameras make me feel a little safer. I'm not against security, Max. We should all be concerned when private space becomes public. Your generation has been tricked to think everything should be recorded. The truth will consequences have. That's what I will not change. That's what I wanted. That's what I wanted. Let's do this now. What's going on? Oh, I've missed a poster. Nobody does this. Nobody does this. There's a duck. Here's a duck. There's a duck. What's going on? Oh, something. Brook is actually a drone. What's that? That's it? A duck in front is a drone. Hi Brook. Let me guess. You want to fly my drone? ist denn das legal ja weiß ich war die eben auch schon anzuklicken i fly evo b 400 einfach mal so in der tasche rum wühlen das ist auch ein bisschen blöd irgendwie zurück spulen oder? das ist das selbe i fly evo b 400 ah, drehe ich doch mal um manchmal die steuerung so wir können da zurückspulen ich bin hier oder? ja stopp mal das ist eine highfly drohne ist das legal ist das wirklich yours? ist das sogar legal? natürlich niemand weiß es noch gar nicht ist das eine Weapon der Krieg? äh, du liest zu viele konspiratische Seiten das ist vielleicht zu kompliziert für dich lustig warrens sagte, du war smart bitte steck zurück ey, du hast doch nur gefragt wir können jetzt gleich hier ausrasten ja stopp, stopp, stopp ist zu weit so, hier wollen wir hin gehen wir nochmal gucken jetzt weiß ich nämlich nicht zu welchem Punkt wir sind das ist das da gucken nochmal rein ja, ja so servus ja kann man jetzt mal jemand sagen warum ich jetzt links das gewählt habe und ich die highfly drohne manchmal halt nicht abgelenkt sein, ne ah, Entschuldigung Swimmingpool hmm im Swimmingpool, ja ich bin sicher, dieses Poster hat Millionen von Bullies hm zu viel Informationen lebe in der Gegenwart, warum stopp, das Mobbing und der Bibelkreis informiert auch multitasking beschäftigt deinen Geist Gott, hey ok, 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 ok wo ist denn das? lass mal gucken bringen wohnen, da müssen wir Münzen ja, was man damit macht jetzt gibt's ja, wir müssten Poster ok wo sind dieses blöde Wohnheim das war eben die Schwimmhalle da hinten ja, wir müssen da lang ja nicken wir mal ist das zu den Wohnheimen naja auf ins Gefecht warte, wir sprechen jetzt ist immer so alles Friede, Freude, Eierkuchen hier alle haben geschrieben alle haben geschrieben schau mal hier ja, siehst du mal rachel owns aha die lassen wir da mal rum hier sitzt die Gang oder was hier ein Football dann texten wir die mal an wenn ich die schon sehe die sieht doch schon scheiße aus wie so eine richtige Zimtzicke oh, shit da ist Victoria und ihre Mean Girls oh, look es Max Caulfield die Selfie-Hole von Blackwell was was ein blöde gimmick sogar Mark Mr. Jefferson falls für your Waif-Hipster bullshit the Daguerrean process, sir you could barely even say that I guess you got your meds filled since you know all the answers I guess you have to find another way into the dorm we ain't moving oh wait hold that pose so original don't worry Max I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias now why don't you go fuck your selfie oh yes Victoria I'll get your bony ass out of my way hm ah, was war jetzt an diesem Pilz so schlimm hier wäre eh nur da gestanden so, da geht's Wasser an äh, da oben fällt da was runter der denn hier haben wir eine Leiter was kann man mit der machen kann man nur ansehen okay so, was macht er Sprinkler okay, das Ding hängt an so einem Haken und der soll dann wohl runterfallen der Eimer das sieht wie stark danach aus Sprinkler haben wir hier Sprinkler kann man sehen aber nicht drehen okay, das Ventil hier in der Ecke vielleicht äh, das sieht nicht so aus äh, da, ne das mal hier hinten schauen haben wir hier was also Tür offen Swing so hoch naja, okay aber ist schon was übersehen dass jetzt diese Einblendung da kommt Mann, wieso geht das manchmal so langsam äh ich geh jetzt mal da rein Wasserpumpe noch irgendwas so, was passiert auch nur ansehen okay, also haben wir doch was übersehen auf diesem Punkt so, okay jetzt kann ich's genutzen das ist ja interessant was passiert oh, mehr Power okay jetzt stehen sie da sitzen nicht mehr ich will mich jetzt reinlassen ich glaub's ja nett so, lass mal gucken kann ich nochmal antexten nee okay wo ist denn das stylisch das ist ein richtiges Zipzicken-Ausfit mehr ist es nicht okay, der Eimer der kommt nicht in den Spiegel die Leiter ist jetzt auch nicht mehr anklickbar äh warte mal kann ich dem sagen, der soll mit dem Ball den Eimer da runter schießen ach, wow kann ich auch gar nicht antexten der zeigt doch keinen Namen ja, ich seh's ja ja ja, was denn ja, was denn okay, die wollen dass wir hier wir weinen machen wir das bis zu diesem Punkt da sitzen die aber noch so, wir stehen jetzt hier kann ich den antexten nö das ist gar nichts nicht die Bohne ach, das ist ja die hier zeigt mir auch nicht oh toll okay, jetzt sitzen sie wieder weil wir haben das Ventil erst danach aufgedreht du auch nicht Ventil auf heißt wir stehen auf ja, die kann ich nicht das geht wahrscheinlich dann halt nur mit dem ja, ja das haben wir ja schon gemacht da habt und wissen was passiert wir wissen ja, was passiert wir wissen nur mit dem einen Weg um das geht mal ganz zurück ich bin zu ganz schnell weil die ganze Zeit ja die umschuldtaste gedrückt so gut, wir stehen jetzt aber hier halt da drin da steht der Typ wenn ich das Wasser wieder aufdrehen die stehen die stehen auf der Typ ist noch nicht auf der Leiter ja 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 wissen wir kann sich nicht mehr hinsetzen was anderes ist hier nicht jetzt geht er schon ah, jetzt ist er schon da ist er schon in den teilen Eimer wir müssen den manipulieren bevor er den mit hochnimmt irgendwie oder irgendwas ansägen oder so sagen wir mal her hängt ihn da hin kann sich wirklich da drauf werfen auf den Ball auf den Eimer ne kannst du nicht ne da hinten kommen wir auch nicht hin hier kann man das Wasser wieder aufdrehen haben wir ja schon gemacht was anderes ist hier drin nicht also die stehen ok wir stehen jetzt hier neben der Leiter jetzt schickt doch mal alles zurück der rindt zurück tak da kommt er die sitzen aber noch da manipulieren gut das hätte ja auch ein bisschen vor oh man das hätte ja auch ein bisschen vorher aufkaufen können ok let's see if this works ok let's gucken was passiert da hat auch schon die besten Jahre hinter sich oder züge mit der Leiter da hoch was wieder kostet und und aha ok na gut dann ist es jetzt dann doch hat ein bisschen länger gedauert wieder eindeutig einmal manipulieren stop 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 einmal manipulieren als erstes dann Wasser aufdrehen so bevor der natürlich da oben ankommt servus dann stellen die sich nämlich hin jetzt haben wir ja auch eine Kameraeinstellung hier also ist es schon richtig ja was soll denn da bitte schön Handtücher bringen Farbe auf einem Kaschmierpulli was weckt das Ding so und jetzt naja hey Victoria was willst du Max nö ich tu die Tröste ohne den Fischpotten I am sorry that's an awesome cashmere coat it was but there'll be another well you always seem to know how to pick the right outfits I do have some talent Mr. Jefferson told me I've seen your pictures you have a great eye Richard Avedon-esque he's one of my heroes thanks Max I hope the sluts get me a towel before they hang a sign on me awesome lass mich rein you deserve a better shot sorry about blocking you and and the go fuck your selfie that was mean but pretty funny just one of those days you know I know exactly what you mean Victoria I'll see you later na dann ah Victoria probably played me I should have played her better get to my room before I find Warren mit der Maustaste Wohnheim betreten und wir sehen uns in der nächsten Folge bis dann ciao 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 ciao